Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit in der MMA News am Montagabend. Francis Ngannou kann Jon Jones sehr gut verstehen. Bei Bellator ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Und Islam Makachev hat sich zu Conor McGregor geäußert. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein. Und wir fangen an mit ein paar Worten zu UFC Macau. Mit einem, wie ich finde, ausgesprochen unterhaltsamen Main-Event zwischen Piotr Jan und Davison Figueredo. Piotr Jan hat gezeigt, dass er noch da ist. Trotz, es waren ja nicht eigentlich zwangsläufig Misserfolge in all seinen letzten Fights. Den Kampf davor gegen, ich meine, Sonja Dong, den konnte er ja ebenfalls gewinnen. Aber davor drei Niederlagen am Stück. Also es war schon wichtig, dass er jetzt auch, wenn er mit 31 nach wie vor Zeit hat, aber ein Zeichen setzen konnte, hey, ich bin noch da. Und das ist ihm gegen Davison Figueredo, finde ich, sehr eindrucksvoll gelungen. War ein guter Fight. War auch ein Fight, wo Davison seine Momente hatte. Hat es auch geschafft, Jan auf den Hosenboden zu setzen. Auch wenn das, glaube ich, nicht offiziell als Knockdown anerkannt wurde. Ich weiß gar nicht, warum. Wurde es als ausrutschen oder nach hinten schubsen bewertet. Wie dem auch sei, auf jeden Fall fünf gute Runden. Und auch die letzte Runde hat richtig Spaß gemacht. Zwei Contender, wie ich finde. Egal, wer jetzt hier gewonnen hat, auch wenn Davison alle Runden verloren hat. Trotzdem hat er gezeigt, dass man mit ihm rechnen muss. Bei ihm vielleicht Alter schon ein bisschen mehr. Also Druck im Nacken, weil ich glaube, er ist Mitte 30 schon oder sogar noch ein Tick älter. Komm, wir haben nur das Internet, moderne Möglichkeiten. Da können wir es direkt checken. 36. Ja, ein bisschen was hat er noch, aber ein, zwei Jahre, dann wird es da vielleicht auch ein bisschen knapp. Aber es war nicht nur dieser Fight auf dieser Card. Es waren auch noch ein paar andere Kämpfe. Kann euch wie immer ja leider kein Videomaterial zeigen. Copyright sei Dank. Muslim Salikow, also mit 40. Respekt. Noch so beweglich zu sein, so ein Spinning King auszupacken im Anschluss. Wonderboy herausgefordert. Kong Wang oder Wang Kong. Ich glaube, so rum ist richtig. Nämlich Fraudcheck, habe ich da überall gelesen. Sie hatte ja davor schon die Championess herausgefordert und ja, jetzt selber submitted worden. Aber gut, die erste Runde hat sie gewonnen. Bei so einem Stil mit viel Risiko. Kann das halt auch mal passieren. Ulbäck ging aus dem Meer. Für mich ein sehr, sehr ausgieglichener Fight. Ulbäck konnte alle drei Runden auf den Punktekarten gewinnen. Diesen jungen Mann möchte ich hier nochmal hervorheben. Mingyang Zeng. The Mountain Tiger. Ja, 18 zu 6. Da werden einige sagen, ja, sechs Niederlagen. Da weiß man ja, dass man den bezwingen kann. Die letzte Niederlage, da war ja 21. Mit 21 trifft man, glaube ich, noch ein paar unvernünftige Entscheidungen. Nicht nur außerhalb, sondern auch im Käfig. Jetzt mit 26. Wie viel Sieger hat er am Stück? Bin jetzt zu voll, um zu zählen. Auf jeden Fall einige. Ein Mann, mit dem man, glaube ich, langsam rechnen muss. Wo man im Halbschwergewicht sagen kann, okay, jetzt ist vielleicht mal Zeit für jemanden, der auch in der Top 15 ist. Top 10, ja, vielleicht noch ein bisschen langsam. 26 hat er ja noch ein bisschen Zeit, aber ein Mann, den man, glaube ich, auf dem Zettel behalten sollte. Ansonsten war das eine unterhaltsame Kart für uns zu einer angenehmen Zeit ausgestrahlt worden. Für einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen zu früh, weil es ja um 9 Uhr morgens schon anfing, aber der Hauptkampf war natürlich die wichtigste Nummer. Und Piotr Jan im Anschluss dann auch nochmal über Merab Tvalesvili gesprochen und Merab hat darauf reagiert und sofort den März vorgeschlagen mit dem Spruch, let's fucking go. Also lass uns uns angehen, lass uns diesen Fight machen. Die beiden haben schon mal gegeneinander gekämpft. Da hatte Merab das bessere Ende für sich und Piotr Jan hatte da keine wirkliche Schnitte. Das war so ähnlich wie José Aldo, überhaupt nicht in diesen Fight irgendwie reingefunden. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber das war rekordverdächtig, wie viele Takedown-Versuche Merab in diesem Fight angebracht hat. Ob das jetzt für einen Rückkommen wirklich so attraktiv ist, natürlich hat sich da ein anderer Mann eingeschaltet. Und jetzt wird es so ein bisschen unschön vielleicht, weil Uman Umogomedov hat natürlich darauf reagiert, dass nach diesem Fight jetzt Merab sofort auf diese Herausforderung angesprungen ist, beziehungsweise selber einen Termin vorgeschlagen hat. Und er hat geschrieben, ein Feigling wird immer eine Ausrede für seinen Rückzug finden. Und schreibt dann noch darunter ein georgisches Sprichwort. Jetzt weiß ich nicht, ob hier auch ein paar Homies aus Georgien am Start sind, die diese Videos gucken. Ich glaube, zwei oder drei müssen es zumindest sein, die jetzt die Frage beantworten können oder dürfen. Ist das wirklich ein Sprichwort aus Georgien oder war das ein versuchter Seitenhieb von Uman? Wenn es ein echtes Sprichwort ist aus Georgien, was dort bekannt ist, okay, dann hat er einfach nur, sage ich mal, ein bisschen versucht zu triggern, indem er da jetzt ein Sprichwort aus der Heimat von Merab verwendet hat. Wenn es da jetzt kein gängiges Sprichwort ist und der da einfach irgendwie darauf hinweisen wollte oder andeuten wollte, ja, die Jungs aus Georgien, das sind Feiglinge, dann ist es natürlich unschön, weil man das eigentlich nicht mit reinzieht. Habe ich ja nicht gedacht, dass auch Uman dieser Meinung wäre, beziehungsweise Uman streicht das. Ich glaube, letztens hat er sich wieder ein bisschen, nicht verplappert, sondern vertippt. Ali Abdelaziz, da vergessen Sie sich aus irgendeinem Account auszuloggen. Ich glaube, es war sogar Uman, wo er drunter geschrieben hat, Uman wird ihn finishen ohne Probleme. Er hat Angst vor ihm und dann hat er sich nochmal drunter geschrieben. Manchmal redet man auch von sich selber in der dritten Person, okay. Also ich kann damit leben, wenn jetzt einer dann sagt, ah shit, okay, ist mir passiert und gar nichts schreibt, aber dann auch versuchen, uns für dumm zu verkaufen mit, ja, ich wollte nur noch anmerken, ich habe jetzt von mir in der dritten Person gesprochen, komm schau. Also zweite Klasse Tonbottel vergessen haben wir auch nicht alle, aber gut, sei es drum, dass Ali das macht, soll er ja auch machen. Aber ja nur noch diese Fassade aufrecht zu halten, als ob das die meisten Leute nicht wissen. Gut, sei es drum. Auf jeden Fall hat Manab darauf reagiert und geschrieben, genau darum habe ich den Respekt vor Uman und Ali schon vor langer Zeit verloren. Sie spielen dreckige Spiele und schreiben so einen Unsinn, so einen blöden Scheiß. Respektlosigkeit gegenüber meinem Heimatland und meiner Landsleute. Behaltet diese Energie, wenn ihr mich persönlich seht, dann werdet ihr sehen, was passiert. Und Oma antwortet darauf jetzt, ziehe nicht ein Land oder eine Nation mit in einen persönlichen Konflikt zwischen uns beiden. Wenn wir uns treffen, dann dreh dich nicht weg. Ich glaube, das Land hat Oma in diese Diskussion mit reingebracht. Auch wenn es ein legitimes, echtes Sprichwort ist, was ich wie gesagt nicht weiß, da bin ich jetzt auf Hilfe von anderen angewiesen. Aber das überhaupt zu erwähnen, natürlich versucht man dann ein bisschen zu triggern. Wenn jetzt Manab auf der anderen Seite bei irgendwas hätte bei Oma versuchen wollen, darauf rumzureiden und dann auch gesagt hat, ja ein berühmtes Sprichwort aus Dagestan und dann XY, wäre das ja auch als Provokation in diese Richtung wahrgenommen worden. Also da hat er für mich diese Nummer überhaupt mit reingebracht. War es jetzt die größte Respektlosigkeit? Ja, wenn es das Sprichwort gibt, dann wahrscheinlich nicht. Aber reingebracht hat es in diesem Fall jetzt nicht mehr da. Ich bin gespannt, wer welche Energie zustande bringt, wenn sie sich sehen. Im Endeffekt wird davon eher Oma profitieren, weil der Fight damit natürlich noch ein bisschen interessanter wird. Wenn beide jetzt irgendwo aufeinandertreffen und ich hoffe ja nicht, dass die sich jetzt die Köpfe einschlagen, aber die müssen dann getrennt werden von Security, ja das Interesse an diesem Fight steigt natürlich. Die UFC denkt sich, egal, können wir besser promoten, mal gucken wie die Pressekonferenz wird. Also das hilft Oma, denke ich schon, das weiß auch Ali Abdelaziz, das ist Wasser auf den Mühlen. Wenn sowas jetzt passiert, auch ein bisschen auf Social Media. Warum Manab jetzt genau das Problem hat mit Oma als Contender? Ich habe auch die Version von Sterling nicht ganz nachvollziehen können. Er hätte es nicht verdient und die Namen waren nicht groß genug, die er bezwungen hat. Corey Santeng finde ich jetzt aktuell schon einen ziemlich großen Namen in der Division. Aber gut, sei es drum. Mehr da Pachamba, mehr Bock auf Piotr Jan. Der wird dazu, bin ich überzeugt, auch nicht Nein sagen. Mal schauen am Ende, welche Idee die UFC hat. Unerwartete Unterstützung für John Jones von Francis Ngann. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen her. War, also ein bisschen her meine ich jetzt nicht ein Jahr, sondern ich glaube ein paar Tage. War er, ich glaube auch bei TMZ Sports und hat über die Verhandlungen von Jones, der UFC und Espinel gesprochen und was John Jones von diesem Fight gegen Espinel hätte. Und Francis vielleicht zur Überraschung von einigen, weil Francis könnte jetzt natürlich auch einfach versuchen drauf zu hauen und irgendwie da auch nochmal zu provozieren. Kein gutes Haar in der UFC zu lassen oder Jones irgendwie schlecht dastehen zu lassen, so nach dem Motto, gegen mich hat er schon dieselbe Nummer gemacht und wollte eigentlich nicht kämpfen. Jetzt macht er das mit Espinel. Nein, Francis hier, wie ich finde, fairer Sportsmann, äußert sich mit Verständnis für Jones und sagt, das Einzige, was Jones bei diesem Fight gewinnen kann oder was er davon hat, ist Kohle. Und deswegen versteht er, dass dieser Fight für Jones nicht attraktiv ist. Für Espinel, da geht es um alles, da geht es um jede Menge. Für Jones nicht so sehr, neben dem Geld. Jetzt ist dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken nicht immer so einfach. Um gar nichts, also außer Geld, denke ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir jetzt schon zu tief drin in dieser ganzen Geschichte, dass es die Fans jetzt nicht anerkennen würden, wenn Jones gegen Espinel nicht nur kämpft, sondern auch gewinnen würde. Die Sorge, die vielleicht Jones hat oder vielleicht auch in diesem Fall jetzt Francis dann hätte, wenn er in dieser Position wäre, dass ein Großteil der Fans sagen, wir nehmen wir mal an, der Fight kommt zustande. Und Jones gewinnt gegen Espinel mit einer routinierten Veteranenveranstaltung, also liefert so ab, wie man das kennt von Jones, mit Routine, ohne groß in Gefahr zu kommen und kocht Espinel jetzt relativ unaufgeregt ab über vielleicht fünf Runden. Dann ist vielleicht die Besorgnis, dass viele sagen, ja Espinel war eh nicht wirklich gut. Also wann ist er denn schon mal aus der ersten Runde rausgekommen? Also dass man versucht, den Sieg schlecht zu reden. Ich kann es nachvollziehen, dass man so denkt. Ich glaube aber, über diesen Zeitpunkt sind wir hinaus. Weil sich jetzt natürlich auch schon so viele Fans drauf freuen und so viele Fans auch weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, Espinel wird Jones innerhalb von zwei Minuten finishen, wenn das nicht so kommen sollte. Und wenn Jones stattdessen Espinel finisht, kann man glaube ich jetzt, stand jetzt, gar nicht mehr anders, als Jones dann seine Blumen zu geben und zu sagen, okay krass, hätte ich in der Form vielleicht nicht erwartet. Ansonsten in einer anderen Konstellation vielleicht ein bisschen, ohne dass jetzt schon Interim-Gürtel und so viel Druck drauf wäre. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man sagt, was habe ich von diesem Fight? Wenn, das ist ein großes Wort, Espinels Karriere vielleicht nicht so verläuft. Wenn Espinel jetzt aber natürlich voll abgeht, gehen wir mal an, die kämpfen, Jones gewinnt und im Anschluss geht Espinel weiterhin voll ab. Jones hört auf und Espinel bleibt fünf Jahre ungeschlagen. Dann ist dieser Sieg natürlich mit einer goldenen Plakette im Büro von Jon Jones. Wenn dem nicht so sein sollte, ja, das ist eine andere Frage. Aber darauf jetzt nur zu spekulieren, ich glaube, darüber sind wir auch schon ein bisschen hinweg. Das ist einfach ein Fight, der jetzt die Fans interessiert. Ob es aus dem Grund ist, man will Jones verlieren sehen, ob man wirklich den einen besser als den anderen sieht, wurscht. Die meisten Fans wollen diesen Fight sehen und können dann nicht verstehen, warum Jones den Fans diesen Kampf nicht geben möchte. Über Jones sprechen wir auch noch gleich, aber vielleicht erstmal, um das abzuhaken. Francis Ngarno sagt hier ganz klar, ich verstehe Jon Jones. Das hat bei ihm mehr damit zu tun, was bleibt bei seiner Legacy hängen, wenn er jetzt auch noch gegen Espinel gewinnt. Es ist ein hohes Risiko im Endeffekt für einen weiteren Zahltag und den Zahltag braucht er eigentlich gar nicht. Da ist ihm verständlicherweise die Legacy dann wichtiger. Und damit nehmen wir Jones jetzt auch mit rein ins Boot, wird ein bisschen voll hier. Jones hat gesagt, er steht in Verhandlung mit der UFC, war bei Mike Perrys. Er ist, wie heißt die Nummer, Dirty Boxing am Start und war da im Publikum mit dem Hut auch unschwer zu übersehen. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie viele von euch das schon gesehen haben, Der Käfig auf Netflix. Da hat Jon Jones auch mitgespielt, ist eine französische Produktion, glaube ich. Habe ich auch witzigerweise mit meiner Frau zusammen geguckt. Schon schwierig, wenn man die Originalstimmen der ganzen Fighter auch kennt und dann diese Synchronstimmen überhaupt nicht dazu passen. War eine kurzweilige, war eine spaßige Serie. Meine Frau hat ein bisschen mehr Spaß an der Serie als ich, weil ich bei einigen Sachen hier aus YouTuber, Kampfsport-Fan, Klugscheißer-Perspektive einiges so ein bisschen betrachtet habe und mir da auch dachte, okay, aber wer das mag, auch mal die ein oder anderen bekannten Gesichter zu sehen, schon eine kurzweilige, spaßige Serie. Aber das nur am Rande. Jones hat übrigens auch mitgespielt, deswegen bin ich drauf gekommen. War hier im Interview mit The Schmo und hat darüber gesprochen, dass er mit der UFC in der Verhandlung steht und dass er zuversichtlich ist, 2025 zu kämpfen. Jones hat seine Absicht ja deutlich gemacht, gegen wen er kämpfen möchte, hat allerdings auch ein paar Hintertürchen offen gelassen für Funfights. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur war, um die Fans zu trollen, weil wenn ich mir im Anschluss ansehe, dass er auch sein Instagram-Profilbild, war es Instagram, war es Twitter? Ich bin nicht hundertprozentig sicher, geändert hat mit einer Ente, die den Gürtel trägt, ob er da einfach nur den Mittelfinger zeigen wollte, weil er hat auch über Derrick Lewis und Jamal Hill als mögliche nächste Gegner gesprochen. Also weiß ich nicht, ob er das ernst meint oder da einfach nur den Fans dann die lange Nase drehen möchte. Jones scheint weiterkämpfen zu wollen. Ich meine, er sah gut aus in diesem Fight. Er hat sich keine Verletzungen zugezogen, dass er relativ schnell wieder kämpfen könnte. Ich hoffe natürlich auch, dass wir noch möglichst vielleicht ein, zwei aktive Jahre aus Jones herausbekommen. Natürlich auch mit einem Espinall-Fight. Da hoffe ich ja selber auch drauf. Ich meine, riesengroßer Fan von Jon Jones, unglaublicher Kämpfer. Aber natürlich würde ich diesen Fight auch gerne sehen, weil ich aber auch nicht so ein Zahlengeier bin, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, die jetzt sehr, sehr darauf achten. Aber mir ist jetzt der Kampfrekord relativ egal. Natürlich erkenne ich auch, dass es irgendwo wichtig ist für die Legacy und dass es beeindruckender aussieht, wenn du nie verloren hast, wenn du da irgendwo eine Null stehen hast oder nur eine Eins stehen hast. Aber man muss das Ganze auch immer so ein bisschen in Perspektive setzen. Das Ganze in Relation sehen. Jones ist jetzt natürlich nicht dieser Mann, der mit 27, 28, 29 gewesen ist. Einige Sachen kamen dazu, wie zum Beispiel Erfahrungen, wovon er jetzt profitiert. Andere Sachen vielleicht wie Geschwindigkeit, Kraft, die sind ein bisschen weggegangen. Man muss das dann immer auch im Verhältnis sehen. So wie man auch den Fight von DC dann im Verhältnis sehen musste, weil der halt schon 37 war gegen Jones. Das muss man, glaube ich, immer so unter den richtigen Gesichtspunkten dann betrachten. Tue ich. Deswegen, auch wenn er jetzt gegen Espinel verlieren sollte, ist die Karriere dann nicht Dreck weggewischt oder all die Erfolge nichts wert. Dann war es vielleicht für ihn wirklich ein bisschen zu spät, gegen so einen jungen Killer im Schwergewicht anzutreten. Aber wenn er gewinnen sollte, natürlich eine riesengroße Nummer. Ich wäre sehr interessiert. Ich würde aber auch, bin ich ehrlich, ich spuck auch nicht auf dem Perder-Fight, den würde ich mir auch gerne angucken. Oder Jones gegen, egal wen. Am liebsten gegen Espinel, aber bevor ich gar keinen Fight mehr von Jones bekomme, ja, ganz ehrlich, da würde ich auch Jones gegen Derrick Lewis nehmen. Michael Chandler bekommt aktuell richtig knüppeldick von allen Seiten. Chandler ist anders. Ich muss sagen, ich finde den eigentlich sehr sympathisch, wenn er irgendwelche Interviews gibt. So ein bisschen seine persönliche Geschichte. Aber gefühlt sind da echt viele, wo ich keinen richtigen Grund sehe, warum die den nicht mögen, aber viele, die ihn nicht mögen. Grant Primus, ehemaliger Kontrahent aus Bellator, auch einer scheinbar davon. Denn er sagt jetzt hier ganz klar, Chandler sah nicht gut aus. Er hat sogar noch ein bisschen extremer gesagt, Chandler sah beschissen aus. Sah langsam aus, aber es habe ihm Freude bereitet, ihn so im Käfig zu sehen, dass Olivera ihn so zurichten konnte, weil er Chandler für einen dreckigen Fighter hält. Und das ist ja nicht der Erste, der das sagt. Es gibt andere, die das sagen. Und ein Justin Gaethje zum Beispiel hat auf die Herausforderung reagiert und gesagt, kein Interesse an diesem Fight. Der hat ja auch während dieses Aufeinandertreffens oder vorher beim Aufbau schon immer wieder gesagt, irgendwas kann ich an dem nicht leiden. Irgendwie, was ist in seinem Lächeln? Ich kann es euch nicht genau benennen. Poirier und Chandler sind sich nicht grün. Jetzt auch Brent Primus drückt ihm hier quasi noch so einen Spruch. Auch John McCarthy hat über ihn gesprochen, aber das war vielleicht mehr auch aus Sorge. Aber Chandler bekommt es knüppeldick jetzt. Nicht nur diesen Fight, die zweite Chance gegen Charles O'Leary nicht nutzen können. Der Madison Square Garden Fluch für ihn besteht weiterhin. Und mit 38 ist natürlich jetzt die Frage, wo geht es hin für ihn? Und da hat John McCarthy eine knallharte Beurteilung quasi abgegeben. Er meinte im Podcast, ich glaube mit Josh Thompson zusammen, dass Michael Chandler den Tony-Ferguson-Fahrt gerade beschreitet. Er hat noch nicht sieben Niederlagen am Stück, aber in seinem Fight gegen Charles sah er langsam aus. Sah er nicht gut aus. Und wenn du in dieser Gewichtsklasse, im Leichtgewicht, in der UFC langsam bist, dann wirst du gekillt von den Top-Leuten. Und dann ist du gekillt dann natürlich irgendwo im übertragenen Sinne. Du verlierst vielleicht nicht dein Leben im Käfig, aber es wird Schaden an dir, an deinem Körper, an deinem Kopf eingerichtet, der dein Leben definitiv verkürzt. Und deswegen möchte er Chandler eigentlich nicht mehr in dieser Position sehen. Er will nicht, dass Chandler dort wehgetan wird, dass er da einfach Schaden erleiden muss. Der Tony-Ferguson-Vergleich für einen oder anderen vielleicht krass, weil Tony Ferguson vielleicht nochmal anders schlecht aussah. Und ich tue mich da auch ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil ich will ja Tony hier auch nicht irgendwie respektlos behandeln, auch wenn er das Video nicht sieht. Ich weiß, aber es ist einfach nicht meine Art. Tony tritt ja immer noch gegen Leute an, die in der größten Kampfsport-Promotion der Welt unterwegs sind. Also wie schlecht kann er dann sein? Natürlich kann er offensichtlich mit den Leuten da nicht mehr mithalten, aber ich will mir nicht vorstellen, was Tony Ferguson macht, wenn ich den jetzt hier zum Sparig einladen würde mit mir, nur um mich jetzt als Beispiel zu nehmen. Aber trotzdem, er kann halt da nicht mehr mithalten. Michael Chandler, das ist jetzt ein Fragezeichen. Eine andere Sache, die Mercati hier nochmal für ich finde, gut auf den Punkt gebracht hat. Chandler hat zwei Jahre seiner Karriere jetzt weggeworfen und hat nach einer Niederlage nochmal Conor McGregor herausgefordert, was er auch nicht verstehen konnte. Aber zwei Jahre mit Ende 30 in diesem Sport inaktiv zu sein, da hat man gesehen, wohin das führt. Laut John McCarthy, das sei in keinem Fall gut oder für niemanden irgendwie erstrebenswert. Er ist nicht besser geworden, sagt er auch ganz knallhart und ehrlich. Ganz im Gegenteil, er ist sogar schlechter geworden. Jemand, dessen primäre Stärke Brasilien Jiu-Jitsu ist, hat ihn ringerisch ausgekontert. Das ist vielleicht ein bisschen, da wird man auch Charles Oliveira nicht ganz gerecht, weil der hat sich über die Jahre unheimlich weiterentwickelt, auch was die Takedowns betrifft. Und ist natürlich im Stand auch ein sehr, sehr gefährlicher Fighter. Also das sind Komponenten, die da irgendwo auch einfach dazukommen. Charles gefühlt entwickelt sich auch noch immer weiter, gerade was auch das offensive Ringen betrifft. Dann hat er natürlich sein gefährliches Grappling, seine Submissions und im Stand. Du willst ja auch nicht vor dem stehen bleiben. Also jetzt einfach nur zu sagen, jemand, der sonst immer nur den Boden sucht, der hat ihn jetzt im Stand auch Grappling-technisch auseinandergenommen. Ja, da wird mein Charles, glaube ich, nicht ganz gerecht. Aber die Besorgnis kann ich da irgendwo nachvollziehen. Vielleicht jetzt ein bisschen too much nach so einem Fight, weil natürlich sah er in 80, 85 Prozent nicht so aus, als könnte er diesen Fight gewinnen. Aber man hat auch gesehen, was ihn halt auszeichnet. Wenn er dann trifft, setzt er seine Gegner halt auf Schlittschuhe, auf wackelige Füße, dann hat er immer noch eine Chance. Aber ich bin da ganz bei McCarthy mit 38. Und mit der Inaktivität wird es sehr wahrscheinlich nicht besser. Hat er seine Prime oder Teile seiner Prime vielleicht hier verschwendet mit dem Warten auf einen Superfight, der jetzt vielleicht noch unwahrscheinlicher ist als jemals zuvor? Gut möglich, aber es hat ja auch keiner die Kristallkugel zu Hause. Jeder versucht das für sich selbst zu machen, von dem er glaubt, dass es das Richtige ist. Chandler hat sich da jetzt wahrscheinlich erstmal verkalkuliert. Aber der Boss Dana White hat ja ganz klar gesagt, er wird immer ein Zuhause-Jahr. Ja, also auch wenn er vielleicht nicht mehr um Titel kämpft, aber weiter kämpfen wird er, inwieweit er sehr strebenswert ist gegen die Top-Leute, wenn er so auch gegen Charles Oliver jetzt ausgesehen hat. Glaube ich nicht, dass er gegen die anderen anders aussehen wird, gerade die, die in der Top 5 sind. Vielleicht muss er sich da weiter nach unten orientieren. Und je näher er an die 40 rankommt, da bin ich bei McCarthy. Umso gefährlicher wird es. Mal schauen, was Chandler als nächstes macht, wer einen Fight annimmt. Er hat ja auch diesen Oblique-Kick relativ früh in dem Fight bekommen. Vielleicht hatte das auch etwas damit zu tun, dass er ungewohnt langsam und nicht so explosiv und spritzig aussah. Aber ähnlich wie bei Colby gegen Leon Edwards. Der Fight sah jetzt nicht so dolle aus. Es gab dann vielleicht diese Begründung auch von Colby. Der nächste Fight auch von Chandler, weil ich glaube, der wird ein bisschen in der Etage tiefer sein und nicht irgendwo in Titelnähe von der Competition her. Der wird sehr viel Aufschluss darüber geben, in welcher Verfassung sich Michael Chandler jetzt befindet und ob er noch so einen Funken im Tank hat, um irgendjemanden ganz oben gefährlich zu werden. Springen wir hoch ins Halbschwergewicht. Da ist Jamal Hill ordentlich auf Kowal gebürstet und hat ihn ausgeteilt mit viele Sternchen, die hier in diesem Artikel mitzusehen waren, von Schimpfwörtern, die ausgeblendet wurden, gegen Margomet Anka-Live. Der hat scheinbar irgendwas gesagt, was ihm übel auf den Sack gegangen ist. Der hat nämlich behauptet oder der meinte, Hill soll aufhören rumzuheulen nach seiner Niederlage. Und ja, da hat Hill jetzt nicht so gut drauf reagiert und gesagt, ich wünsche mir nichts mehr, als Margomet auszunocken, einfach nur, weil er, ich versuche ihn jetzt ein bisschen zu zitieren, eine Bitch ist und weil er einfach nur so wie eine Bitch redet und sich so verhält wie eine Bitch. Ich weiß jetzt nicht genau, was Anka-Live da gemacht hat, aber okay. Und ja, er fühlt sich respektlos behandelt und ja, das ist ein Fight, den er natürlich irgendwo haben möchte. Er hat das Gefühl, Margomet Anka-Live ist auch ein bisschen eifersüchtig auf Jamal Hill, weil der vielleicht ein bisschen besser bei der Fanbase ankommt. Wenn er diese Art von Beef so haben möchte, also Streit, dann kann er es gerne haben und schließt dann da seine Schimpftirane mit. Fuck you, Margomet. Also ja, das ist auch ein Fight, der natürlich früher oder später Sinn macht, unabhängig da. Also ich gehe nicht davon aus, dass beide Hill und Anka-Live innerhalb der nächsten drei, vier Jahre aufhören und ich gehe auch davon aus, dass die weiter Erfolg haben werden in dieser Gewichtsklasse, unabhängig, ob die jetzt vielleicht den nächsten Fight jeweils verlieren und dann ist ein Aufeinandertreffen ja, unausweichlich, glaube ich, dass die gegeneinander kämpfen. Aber Anka-Live hat ja jetzt erstmal noch einen anderen Fisch, den er erstmal überhaupt fangen muss, denn ein Fight, ich will nicht sagen, ich bin überrascht, weil die Spatzen, die haben es ja von den Dächern gepfiffen schon seit einiger Zeit, es wurde nur nie irgendwie ganz konkret, jetzt haben wir ein konkretes Datum, UFC 311 im Januar, Hill gegen Prokaska, immer im Schwergewicht. Das betone ich deswegen nicht, weil Hill irgendwie nicht in dieser Gewichtsklasse kämpfen wollte, ganz im Gegenteil, der wollte ja sogar eine Gewichtsklasse hochgehen. Prokaska hat ja nach seiner letzten Niederlage gegen Pera so ein bisschen damit geliebäugelt, ins Mittelgewicht zu gehen. Hat gesagt, ich traue mir den Katsu, ich kann das schaffen, auch wenn sein Coach da jetzt nicht super begeistert von war. Und ja, habe ich eigentlich gedacht, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, in diese Gewichtsklasse zu gehen. Gerade wo jetzt der Buddy von Prokaska, Isola de Sanja, ich glaube beide auch unter dem selben Management zu Hause, weil der nicht mehr Champion war, Weg vielleicht frei für Prokaska. Prokaska. Aber, ich will nicht sagen, 180 Grad Drehung, aber erstmal von diesem Plan wieder Abstand genommen. Vielleicht, um jetzt auch zu gucken, wenn ich gegen Hill, der ja auch hoch steht, in den Rankings gewinnen kann, dann bin ich ja wieder dicht dran. Und je nachdem, was dann im Titelkampf geschieht. Und da wird gemunkelt, ich meine, Herr Kalayev hat jetzt sein Ziel ausgegeben für 2025, dreimal kämpfen. Zweimal unter anderem gegen Pera. Einmal den Titel gewinnen, einmal den Titel noch gegen ihn verteidigen. Also der hat scheinbar einen ganz eindeutigen Plan. Hat jetzt allerdings gesagt, er hat noch nichts gehört von Pera, dass er den Kampf angenommen hat. Er geht von Mai aus. Ich weiß nicht, ob Pera so lange inaktiv bleiben wird. Ist eigentlich eher untypisch für ihn, wenn man ihn in der UFC verfolgt hat. Aber mal schauen. Prokaska kann hier natürlich spekulieren. Gegen Hill gewinnen, Ankalay für Champion. Wem gibst du dann den Titelkampf? Ist Carlos Ulbäck schon so weit, dass er den Titelkampf bekommt? Nach seinem, ich will nicht sagen, knappen Sieg gegen Ösne Mier, aber es war schon sehr auf Augenhöhe. Sehe ich jetzt nicht persönlich, dass er ja schon der nächste Contender ist. Wir haben einen Krilov, der in dieser Gewichtsklasse ist und abliefern kann, wenn er denn regelmäßig kämpft. Roundtree Junior, wie kommt er zurück? Aber schlechte Karten hätte Prokaska dann bestimmt nicht, gegen Ankalayev zu kämpfen, wenn er gegen Hill gewinnt. Und für Hill gilt natürlich genau das Gleiche. Beide können eigentlich nur Ankalayev, auch wenn Hill ihn scheinbar nicht mag, die Daumen drücken. Weil wenn Pena Champion bleibt, ob man dann Prokaska gegen Pena 3 macht oder Hill gegen Pena 2 macht oder Pena dann erstmal in Schwergewicht geht, schwer abzuschätzen. Die sollten wahrscheinlich Ankalayev die Daumen drücken, dann wird nämlich ein Titelkampf im nächsten Jahr für einen von den beiden, der wird dann deutlich realistischer. Glaube ich. Kommen wir zur Bellator, beziehungsweise natürlich auch zur PFL, die er Bellator aufgekauft hat, alle Verträge übernommen hat, das haben sie ganz stolz verkündet und nach Gegard Mousasi, der schon seinen Unmut geäußert hat, ziehen jetzt andere nach. Patricio Pitbull, Patchy Mix, Corey Anderson und alle sagen mehr oder weniger dasselbe. Es werden zu wenig Fights angeboten. Patricio wird ja auch ein bisschen konkreter. Er sagt, ich habe seit Februar nicht gekämpft, ich wollte dreimal im Jahr kämpfen. Dann hat man mir gesagt, hey, 31. Dezember, davor geht nichts. Japan, dann sei plötzlich mein Gegner nicht bereit gewesen oder ich habe online gelesen, mein Gegner hat einen neuen Gegner bekommen. Und ich habe keinen Ersatzgegner bekommen, die haben es dann auf Japan geschoben, haben gesagt, ja, da war alles ein bisschen schwierig, hat nicht so geklappt, nächstes Jahr. Und wie gesagt, nicht der Einzige, der das äußert und er sagt, welche Promotion kann dir nicht wenigstens, also in der Größenordnung, zwei Kämpfe im Jahr geben. Ich könnte jetzt hier diese News-Meldung schließen und sagen, Patricio Pitbull unzufrieden und möchte mehr Kämpfe haben, so wie viele andere auch. Bellator, PFL bemühen sich, da gab es vielleicht noch keine Möglichkeiten. Könnte ich das Ganze zumachen. Aber ich hau nochmal meine Theorie raus. Kann Unsinn sein, muss es aber nicht. Ich denke, dass natürlich, wenn die PFL, gerade bei im Garn, und damit will ich jetzt Francis hier nicht, irgendwie den schwarzen Peter zuschieben. Ich meine, wenn aber die PFL bei einigen schon relativ viel Kohle locker macht. Zum Beispiel bei Francis und Garn. Und dass das Geld irgendwo, natürlich einmal muss es irgendwo herkommen und wird vielleicht an anderer Stelle gespart. Ich glaube, die Fighter, die ich jetzt hier auch gerade aufgezählt habe, ob es ein Patchy Mix ist, ein Corey Anderson ist, ein Patricio, ein Giga Musasi ist, die hatten, glaube ich, schon sehr lukrative Verträge. Patchy Mix vielleicht noch in Anführungszeichen. Aber das sind, glaube ich, auch alles Jungs, die man von der UFC fernhalten wollte. Beziehungsweise Corey Anderson, der kam ja mehr oder weniger von der UFC, aber hat mit Sicherheit als großer Name einen guten Vertrag bekommen. Bei Patricio, auch bei Patchy und bei Musasi kann ich mir allerdings vorstellen, die wollte Bella da unbedingt behalten, weil sie auch einen gewissen Namenswert haben oder im Fall von Patchy auch sehr, sehr talentierte Fighter sind, die vielleicht noch großartige Fights abliefern können. Und dann hat man denen sehr lukrative Verträge gegeben. Und vielleicht möchte die PFL die jetzt einfach in dem Sinne nicht erfüllen, dass sie sagen, da müssen wir uns schon genau überlegen, welche Fights wir denen geben. Wenn die 500.000 pro Fight bekommen, vielleicht, ich spekuliere jetzt einfach mal, Patricio bekommt 500.000 pro Fight, der ist aber nicht so lukrativ, dass da so viele Leute einschalten. Ich glaube, nicht mal der Francis-Fight war sonderlich profitabel für die PFL. Ja, dann lassen wir den bestimmt nicht zweimal im Jahr kämpfen. Am besten lassen wir den gar nicht kämpfen, damit wir die Kohle einsparen können. Ich denke, das spielt eine Rolle. Bei Musashi hat es, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Einfach einen zu lukrativen Vertrag, den er noch hatte, den man zwar irgendwo übernommen hat, aber hier ist ja halt die Nummer, das, was du angeboten bekommst. Also wenn man dir nichts anbietet, ja, dann kannst du in dem Fall auch nicht kämpfen. Die PFL sträubt sich ja auch nicht dagegen, dann zu sagen, ja, dann kämpf woanders, aber wo kriegt man für die Kampfbörse dann woanders einen Fight? Ich glaube, da liegt die Ursache, dass man einfach, dass die Jungs zu viel verdienen. Ich kann mich da jetzt täuschen, vielleicht stimmt es auch nicht, aber es ist schon verdächtig, dass auch so gute Fighter, die ja auch gute Kämpfe abliefern, da Probleme haben, einen Fight zu bekommen und Fighter, die ja auch einen gewissen Namen haben. Habt ihr eine andere Theorie? Kommen wir nochmal zu Conor McGregor. Bevor wir zu Isla Markachev kommen, ich meine, ich habe ja ein Video am Samstag zu Conor, zu der ganzen Nummer gemacht und ich will mich hier auch nicht wiederholen. Conor wird ja das Urteil anfechten und wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber natürlich gibt es in diesem Prozess einige Sachen, wo auch ich mir den Kopf kratze, auf beiden Seiten, aber da habe ich in dem Video halt schon drüber gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Conor, weil der natürlich jetzt auch kritisiert, ja ich bin jetzt hier der Boomer und ich habe gesehen, in Irland gibt es schon die ersten Petitionen, man soll die Firmen, mit denen er in der Verbindung steht, nicht mehr supporten. Bei der Hitman-Videospielreihe, da gab es einen Charakter von ihm, die sind jetzt auch davon zurückgetreten, also es wird natürlich auch Konsequenzen für ihn haben. Und wenn einer schuldig ist, dann natürlich irgendwo auch zu Recht. Ob einer, wenn er jetzt eine Straftat begangen hat, nie wieder arbeiten soll, nie wieder Geld verdienen soll, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, Conor verkennt da auch ein bisschen, es geht in diesem, also an dem Punkt, an dem er jetzt ist, geht es gar nicht so sehr darum, ob er es gewesen ist oder nicht. Wenn er es gewesen ist, Schande auf sein Haupt, darüber rede ich ja nicht, aber es geht jetzt gar nicht so sehr darum, war er es schlussendlich oder war er es nicht, das Urteil von den meisten Leuten ist eh schon gefallen. Das Urteil fällt schon, wenn du damit überhaupt in Verbindung stehst. Und das, was ja nicht zur Debatte steht, ist, dass er irgendwie koksend mit einer Frau gepimpert hat, in einem Hotel mit mehreren Leuten nebenbei, während wahrscheinlich noch seine Lebensgefährtin da zu Hause saß und schwanger war. Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt dazu addiert. Aber das ist ja schon, wo viele sagen, okay, wenn das schon der gemeinsame Nenner ist und das stimmt, klar kann jeder machen, was er will in seiner Freizeit, aber das ist jetzt nicht das, was man vielleicht von einem Profisportler erwartet. Und aufgrund der anderen Sachen, die er, die Verfehlungen, die er sich geleistet hat und auch hier, ich werfe bestimmt mich den ersten Stein, also wer im Glas raus sitzt, ich bin ja weit weg von perfekt, aber wenn es sich häuft, na logisch, dann kriegst du halt einen gewissen Stempel aufgedrückt. Wenn du einer bist, der immer überall Ärger macht, dann werden irgendwann die Leute von beiden sehen, na guck mal, da kommt der Palawa-Typ und dann wissen die, wird glauben, die zu wissen, wenn er auf einen zukommt. Und das Urteil ist eh gefallen. Auch wenn er freigesprochen worden wäre, auch wenn er jetzt in Revision geht und Recht bekommt, das Urteil ist gefallen, dann werden eh alle sagen, ja, der hat dafür jetzt bezahlt oder irgendwas anderes. Egal, ob es Ungereimtheiten gibt. Deswegen, glaube ich, brauchst du da einen Kreis, der dich so ein bisschen aus so einem Scheiß raushält. Aber ich will es halt nicht nochmal wiederholen, ich will jetzt eigentlich hauptsächlich über das sprechen, was Islam gesagt hat, denn der hat sich eindeutig dazu geäußert und mit Sicherheit gehörte auch jetzt eine gewisse Genugtuung zu, wobei ich glaube, Khabib Nurmagomedov, der hat nichts dazu gesagt, was ich persönlich hier vielleicht auch dann die beste Art und Weise finde, wie auch Khabib damit umgehen soll. Ich meine, er hat es ja damals schon ihm ein paar Sachen vorgeworfen, der hat, glaube ich, jetzt einfach abgeschlossen damit. Der hat gar keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Islam hat auf jeden Fall geschrieben, es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser dreckige Bastard bloßgestellt wird. Alkohol, Drogenjunkie, Vergewaltiger jetzt noch, es werden noch viele Sachen rauskommen, vertraut mir. Schmutzige Wäsche kann man sehr wahrscheinlich bei jedem waschen, natürlich hängt es auch immer da von dem Niveau ab. Ob Islam das irgendwo jetzt auch nötig hat, aber gut, muss auch immer so viele Seitenhiebe einstecken, von Conor auf anderen Seiten, muss sich beleidigen lassen, mit Inzucht, mit irgendwelchen anderen Sachen, dass er ein Behindie wäre oder was auch immer, dann ist es für mich auch menschlich und logisch, dass man jetzt irgendwo zurückfeuert. Die baden ja immer gegenseitig in den Verfehlungen des anderen oder was heißt Verfehlungen? Islam Makhchip wurde da jetzt nicht im Hotel erwischt oder sowas, aber die baden halt immer, wenn sie die Gelegenheit haben, dem anderen einen Seitenhieb zu verpassen, dann machen die es natürlich. Ich glaube nicht, dass er sich damit einen Gefallen tut, dass er jetzt da irgendwie online noch sich austauschen möchte mit Conor McGregor. Ich bin sehr auf Conor auch in der Öffentlichkeit jetzt gespannt. Er hat das, was ich gesehen habe, ich habe heute mal geguckt, er hat wieder gepostet auf Social Media, die Kommentare nicht ausgeschaltet, aber ihr könnt euch vorstellen, also unabhängig davon, auch wenn er jetzt freigesprochen worden wäre, Conor McDidi und die ganzen Kommentare, die waren natürlich voll davon. Per Play muss ich zu ihm sagen, dass er das wenigstens dann nicht ausstellt, dass er da sagt, okay, ich stecke es jetzt ein, so sehr einen das vielleicht auch online gar nicht stören mag, aber es wird jetzt nicht leicht werden für Conor McGregor. Auch das Thema Rückkehr in den Käfig. Die UFC wird das mit Sicherheit auch genau verfolgen. Die Investoren der UFC werden das genau verfolgen. Und wie läuft dann eine Pressekonferenz ab, wenn XY der Gegner ist? Erwähnt der das dann? Was macht man dann? Sagt die UFC, ja, Maulkorb, können die eigentlich nicht machen. Also es wird ungemütlich, aber ich meine klar, ich will nicht, dass irgendeiner zu Unrecht verurteilt wird. Aber wenn du dich konstant in solche Situationen gibst, ja, dann bist du auch vielleicht nicht ganz unschuldig daran. Also wer, na, egal. Ich habe schon in dem Video was dazu gesagt. Ich finde es sehr in dem Fall, schade in jedem Fall. Schade, wenn jemand diese Tat begeht und schade, wenn jemand, der unschuldig ist, aber diesem Weg quasi seine Karriere quasi in den Abgrund fährt. Warten wir mal ab, ob Conor McGregor da nochmal mit dem Einspruch Erfolg hat, ob da was anderes bei rauskommt. Wenn er unschuldig ist, sei ihm das natürlich zu gönnen, dass er da vielleicht ein bisschen, zumindest rechtlich, seinen Namen reinwaschen kann. Ja, wenn dann doch nicht, dann habe ich auch schon was dazu gesagt. Und eine Nummer, die ich ja glaube ich auch nie wieder loswerde, ist mit Jake Paul. Da hat sich Rapid Jackson, den ich ja auch top finde, der hat sich jetzt dazu geäußert, zu Jake Paul, vielleicht ein bisschen verspätet, hat gesagt, Jake Paul soll die MMA, Hoheit, oder das Königshaus des MMA soll er in Ruhe lassen. Und er hat gesagt, ich kämpfe gegen dich, MMA, ohne Gewichtsklasse, Gewichtsklasse, auch ohne Bezahlung, ohne Bezahlung kommt schon Rampage, glaube ich nicht, aber er sagt hier, ohne Bezahlung, er sagt, das ist ein großartiger Deal, aber ich wette, du wirst es nicht machen. In Anspielung auf, Jake Paul hat ja so ähnlich Conor McGregor herausgefordert und gesagt, ich wette, du wirst es nicht machen, auf mein Angebot eingehen und da sagt, da dreht jetzt Rampage die Nummer um. Und er fordert, hör auf, respektlos meinen Leuten gegenüber in meinem Sport zu sein, dass du Tyson, dass du gegen Tyson gekämpft hast, war quasi der letzte Strohhalm, fangen wir da an, gegen irgendwelche Ringer zu boxen. Als ich die Überschrift gelesen habe und das Rampage Jackson ihn herausfordert, habe ich gesagt, boah, Rampage, cooler Typ will ich eigentlich nicht, weil er passt wieder ins Profil. Ehemaliger MMA-Fighter, nicht mehr aktiv, über 40, da wird sich dann Jake Paul natürlich die Hände reiben, aber dass er diese, dass er MMA mit reinbringt. Und Rampage, der kann nicht nur einen Doppelag-Takedown verteidigen, der kann nicht auch auf den Boden slammen, macht die Sache dann vielleicht ein bisschen interessanter. Aber versteht mich nicht falsch, auch hier will ich keinen, über 40, Mitte 40-jährigen Rampage Jackson sehen, der da irgendwie riskiert, von einem deutlich jüngeren Mann niedergeschlagen oder K.O. geschlagen zu werden. Der Zahn der Zeit, der nagt halt an allen. Wenn ich irgendjemanden sehen will, der über 40, oder sagen wir es so, ich habe einen Vorschlag für Jake Paul, wenn er unbedingt jemanden haben möchte, ehemaliger Ringer, ehemaliger MMA-Kämpfer, über 40, geht auf die 50 zu, da kenne ich einen jungen Mann, der genau in dieses Profil reinpasst, da hätte ich kein Problem mit. Also den Fight würde ich gerne sehen, vielleicht nicht unbedingt mit Boxregeln, weil ich glaube, das würde die Wildheit von Juel Romero zu sehr einschränken, zu sehr limitieren, aber sowas wie hier Mike Perry und auch da muss ich sagen, Hut ab Mike Perry, dass er hier, ich meine, er wollte glaube ich auch ein bisschen diese so Hinterhof-Nacht-Club-Atmosphäre bei seiner Dirty-Boxing-Promotion, aber Hut ab von Mike Perry, wo ich das Gefühl hatte, boah, David, schwer haben irgendwo noch einen Fuß vor den anderen zu setzen, außerhalb der UFC, richtig geile Karriere hingelegt, richtig viel Asche gemacht, gönne ich dem Typen auch übel und da hat jetzt Juel Romero gekämpft, in der ersten Runde seinen Gegner ausgenockt, wobei, ich glaube, der Gegner von Juel ist relativ kurzfristig abgesprungen, ich glaube, der Kerl hier ist auch genauso kurzfristig dann natürlich eingesprungen, wurde ja in der ersten Runde niedergeschlagen, ich glaube, das war einfach nur, ich trete an, damit der Fight weiter zustande kommt und Juel auf der Kart bleibt, aber auch hier dieser Typ, der Mann ist Mitte Viert, der geht auf die 50 zu. Das kubanische Experiment, der Soldier of God, also Juel Romero, der, ja, ist wirklich ein besonderes Phänomen, egal ob auf Stoff oder nicht, auch mit Stoff gibt es nicht viele, die mit 47, 46 so aussehen, wie dieser Mann, deswegen nochmal, das ist ein Fight, Jake Paul, da könnte ich sehr gut mit leben. Und zum Abschluss, dann habe ich euch für heute auch wieder genug vollgetextet, Dana White hat nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, Covid, die ganze Pandemie, haben wir ja zum Glück hinter uns, mal gucken, wann das nächste Kaninchen aus dem Gewicht springt und er sagt, Covid-19, diese Pandemie, das war für die UFC äußerst lukrativ. Er sagt, Fights, die sonst vielleicht 300.000 verkauft haben, haben plötzlich eine Million verkauft, es gab sehr, sehr wenig sportliche Konkurrenz, wir haben, da hat er gesagt, 60, 70, 68 Prozent ist die Fanbase gewachsen während dieser Zeit, also das war eine sehr lukrative Nummer, man hat sich, ich kann mich auch noch erinnern, also gefühlt, als wäre es irgendwie 10, 15 Jahre her, ist nicht so lange her und was es da für irre Ideen gab, also von Fight Island, wo ich ja damals wirklich gedacht habe, ey, also da machen die wirklich komplett abgeschottet, eine eigene Insel quasi, die die UFC da irgendwie abkauft oder mietet und wo die ihr eigenes Eldorado errichten und ganz so krass wurde es nicht aus Fight Island, in meiner Fantasie, war das wirklich mit Hula-Mädchen am Strand und irgendwie immer Sonnenschein und Open Air wurde dann das Apex in Vegas ohne Publikum so ein dunkler Kasten, aber gut, da hat die Realität reingekickt, zeigt aber auch hier, wenn du dich da richtig verhalten hast zu dieser Zeit, konntest du unglaublich viel Geld verdienen, also es haben sehr, sehr viele schon profitiert von dieser Pandemie, von dieser Zeit, außer uns, 0815 Leuten, ich werde jetzt hier nicht der Covid-Schwurbler werden, aber ja, einige haben ihre Karten richtig ausgespielt, andere haben ihre Karten falsch ausgespielt, die UFC hat definitiv sehr profitiert davon, das hat Dana zumindest gesagt, fand ich noch erwähnenswert, witzig, deswegen habe ich es mit reingenommen. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer danke ich euch sehr, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight. Das ist es. Das ist es.